Ey, yo Leute, was geht ab? Micros One hier mit einer kurzen Ankündigung. Ja, bevor ich anfange, erstmal ein großes Sorry, Entschuldigung, dass die Woche mal wieder nichts kommt, aber ich bin leicht kränklich immer noch und ich hoffe, dass ich dann nächste Woche wieder normal alles weitermachen kann. Aber ich hab was Wichtiges zu sagen und deswegen melde ich mich mal kurz zu Wort. Ihr seht's hier schon im Bild und zwar ist die neue Nerdstar.de-Seite online seit diesem Moment gerade eben und es wäre cool, wenn ihr mal da vorbeischauen könntet. Ja, der Link ist ja ganz logisch, www.nerdstar.de. Den Link gibt's auch in der Beschreibung auf meiner Seite neben am Rand und ansonsten poste ich sowieso immer wieder den Link irgendwo hin, also eigentlich gar nicht zu verpassen. Auf jeden Fall auf der Seite, ihr seht schon, es wurde alles neuer gemacht, es sieht alles jetzt übersichtlicher aus und habt ihr nicht gesehen. Hier ist es alles sehr gut zu erreichen, alles. Hier sind die ganzen Videos mit den verschiedenen Kategorien, Reviews, Blogs, also man kann alles jetzt sehr schnell erreichen. Die News sind jetzt hier mit großen Bildern. Man sieht alles ein bisschen besser. Daneben sind die neuen Videos immer. Wir haben auch ein Bewertungssystem. Was kann ich noch sagen? Wir haben ein Forum, da könntet ihr euch mal anmelden. Das wäre sehr cool. Da können wir ein bisschen schreiben, ein bisschen Kontakt halten. Ihr könnt Sachen fragen und sonstiges. Ja, meldet euch an bei Nerdstar im Forum und schaut mal vorbei. Wir würden uns freuen und lasst mal eure Meinung da zum neuen Design und dann wünsche ich euch noch viel Spaß, noch einen schönen Feiertag und macht's gut, haut rein, peace und out.